Guten Tag. Oh, jetzt ist Ihre Katze weg. Macht das was? Nee, das ist Ihr Ein- und Ausgang. Rassekatze. Wir sind vom ZDF. Janine Vogt betreut ihren kleinen Sohn, muss leider aber los. So kurz vor Weihnachten hat die mehrfache Mutter noch einiges zu tun. Sonst hätten wir euch gerne reingelassen. Hättet ihr einen schönen Bericht drehen können. Patchwork in Möbesburg für Kinder, für Hunde, für Hasen. Alles, was dazugehört. Aber leider keine Zeit. Aber haben Sie vielleicht eine Idee für uns? Wir haben hier einen Sattler, der ist immer recht freundlich und zu dem können wir gehen. Der ist wirklich toll. Vielleicht beim nächsten Mal. Genau.